Ja, ich reite hier durch, natürlich. Anstand muss sein. Ach, hier runter den Rest laufe ich jetzt einfach. So, bin ich mal gespannt, was wir für Mr. Abraham Abraham Race machen sollen. Und Luisa ist auch wieder da. Der große mexikanische Eisenbahnraub. Okay. Wo ist Abraham Reyes? Hier, amigo. Hier. Well, 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 look who it is. The American Bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution. I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston. I do. A man like you or me with just a few such men, I tell you, I can rule the entire country. Hey, hermanos Unidos, send my people free. Libre, Mexico. Libre, Mexico. Libre, Mexico. Libre, Mexico. Libre, Mexico. Libre, Revolución. Their energy is, is, is like food to me. I feel I was sent for them, and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. Also, would you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío. I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you. Don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha, ha, okay, well, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. Vamanos, mis hermanos. So, Moment. Ich steige sofort auf mein Pferd. Ah, so. Ich bin drauf, alles klar. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wo es ging. Musst du mir was zu trinken holen? Two best friends. Not exactly. We weren't friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get the sudden earth to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So, where are they? Who? Williamson and Escuela. I'm not sure exactly where they are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on them. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. Mierda, you're slowing us down, Marston. So, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo wir hinreiten. Das ist Williamson und Escuela. Ja, wir waren in der gleichen Gang zusammen, unter einem Mann namens Dutch. Wir waren alle schlechte Kinder. Verlust, wütend und verletzt. Du kannst es nicht sagen. Oh, John. Und du wirst in Kriminale. Dutch didn't see us that way. Wir robben Banken, stollt von den Rachen. Und wir gaben das Geld den Menschen, die es mehr brauchten. So, er war auch ein Revolutionärer, wie ich. Ich glaube, er sah, dass das System der Macht verbrotten. Das Bild sieht gerade mega nice aus mit dem Sonnenuntergang hinten. Das ist cool, Ars. Jealous? Jealous? Of his power and potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballet. A musical tribute to a heroic man and their great deeds. There are over a hundred written about me. Reminds me, to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper. Song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know, I've seen your posters. In the capital they are already talking about my legendary escape from El Brasil. Oh, watch out where you ride. Pass auf, wo you ride. I've got off a thousand Mexican soldiers with my bare head. Finally, the people have the truth. A corrido, is that not what you do? Also, a murder ? I don't know. I saw enough to know, he ain't a good man. It is bad enough, he beats the people he's for to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Coward is made him that way, my friend. Darren Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. Es ist wie ein Vater, der Pfeife ist, und dann der Sonne zerstört und schützt ihn. Das ist ein sehr spezifisches Beispiel, Abraham. Es ist eine Marionette. Wie sagst du, Poppe? Alles, was er machte ist durch Sanchez. In Amerika? Sie sagten uns, Sanchez war es besser machen hier. P***e Propaganda. Er spricht über die Reform des Wirtschafts, über wie es eine neue Goldenehmeer für die Mexikanische Bevölkerung ist. Aber schau dich an, die Menschen sind schlimmer als immer. Ja gut, schön, oh Gott, hier ist es lang. So gut sieht es hier nicht aus, aber in Amerika ist es ja eh nicht gerade. Das ist nicht der Zug, den wir hier hingebracht haben, also sowas in der Art. Weil wir haben ja geholfen, Zug herzubringen, ne? Hm. Keine Ahnung. Ne, der Zug ist es nicht ein anderer wahrscheinlich dann. Aber ähnlich. Schauen wir mal. Diesmal allerdings von der anderen Seite. Auch mal sehr interessant, das zu sehen. Nicht immer nur die Seite zu sein, die da scheiße baut. Na dann. Hört sich ja lustig an. Hört sich ja lustig an. Okay. Wenn es zu bedenkt ist, und die Wache nicht angreifen. Ja, das ist ja kein Problem. Moment, Moment, was? Oh, cool. Warte. Oh, scheiße. Okay, die sind down. Oh, da oben ist noch eine Wache. No problemo. No problemo. Ich mache die Waggons ab. No problemo. Ah. Tschüss. War das schon die ganze Span... Die Wurfmeerster sind cool. Da kann man lautlos töten. Das ist nicht ziemlich nice. Übernimm die Kontrolle über die Gantlinger. Das ist ja wohl gar kein Problem. Aber guck mal, wir machen es einfach so. Und... Ja, man ist einfach so. Ist gar kein Problem, wie gesagt, ne. Easy peasy. Der ist tot. Äh. So. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Leute sind, aber da hinten kommen sie. Ne, das sind nicht alle. Ich habe ihnen den Hut vom Kopf, natürlich. Ich habe ihnen nur den Hut vom Kopf geschossen. Schon klar, ne? Schon klar. Na. Macht Sinn, macht Sinn. Auf jeden Fall. Alter, das ist eine Gatlinger, Mann. Mach die doch mal schneller kaputt. Dort bist du nur für eine Gatlinger nicht. Schieße ich mit meiner Spielzeugpistole ja schneller. Stirb. Wo ist der hier? Ich kann mich so aufschießen. Vielleicht kommt der da mal raus. Da. Siehst du? Da ist der Gerüst dran. Hallo? 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 Ich habe Apfel, keine Ahnung, wie die sind. Ich gehe mal hier hoch. Hallo? Hey! Wie? Soll ich die jetzt mit den Wurfmessern kaputt machen, oder was? Oh, warte. Hä? Vielleicht will ich ja gar nicht laut sein. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Hä? Ja, wir ballern jetzt einfach rum wie die Ochsen hier. Ist das scheißegal. Ich meine, was soll passieren? So. Kaputt gemacht. Wobei ist eigentlich scheißegal. Ich habe gerade mit einer fucking Gatling-Gun rumgeballert. Da ist es wohl egal. Ob ich jetzt mit der Waffe rumschieße oder nicht. So. Ja, hat doch alles wunderbar funktioniert, würde ich sagen, ne? Läuft. Sehr gut. Tschüss, Zug. Tschüss. 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 Oh, ne. Ich bleibe ja auf dem Zug drauf, ne? Ach, ja. Tut, tut. Möchte ich jetzt noch irgendwas machen, oder war es das? Ne, ich glaube, das war es. Ja. Das war es wohl. Geil. Okay, ist irgendwo eine Luke, die machen wir jetzt auf. Hallo, ich möchte hier denn drauf. Habe ich Sprengstoff? Ich weiß das nicht so genau. Ja, 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 ja. Moment, 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 Moment. Mal gucken, wie geht das? Erstmal Dynamite platzieren, hä? Wir müssen das Dynamite einmal anziehen. Oh Gott, ich muss hier runter. Äh, oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Gleich die ganze Luke weggesprengt. So sieht's nämlich aus. Ja, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ja, ich bin mal gespannt, was da drin ist. In diesem gepanzerten Wagen. Ein Toter. Noch ein Toter. Mhm. Safe. Ja, ja. Okay, okay, okay. Oh, nein, 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 nein. Hier nehme ich nicht hin. Ich will da gucken, was geht das? Was ist hier los? Nichts, was interessant ist, okay. Dann gucken wir in den Safe rein. Wir knallen, natürlich können wir auch Safe. Ach du Scheiße. Bewege L nach rechts, okay, um nach der ersten Zahl der Kombination zu suchen, wenn die Drehscheibe sich in irgendeine Richtung bewegt wird. Was verfahren? What? 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 Bewege L nach links oder rechts bis 0 nach oben zeigt und nach Schlossesressorts zurücksitzen. Ach, Scheiße. Ach, natürlich, fuck. So ist das, Sorte. Ne, ich glaube, ist schon falsch, okay. Muss ich langsam machen? Ich hatte die erste Zahl schon. Bam. Äh, bewegen nach links oder rechts? Nehmen wir jetzt mal in die Richtung. Yes. Und dann einfach nach da. Mal gucken, was passiert. Aha. Das ist nämlich das Problem, aber noch bin ich richtig. Korrekter Mundo. Na dann. Da sind Säcke drin. Hm, ziemlich geil. Wahrscheinlich Geld. Noch mehr Geld. Und irgendein komisches Brieflein. Aber wir wissen natürlich nicht, was da drin ist. Ist da noch was drin? Hm, ne Waffe, okay. Ziemlich krass, was da. 200 Dollar. Ich finde, dafür kann man, also, boah. Dafür kann man durchaus auch schon mal ein Save hier einfach lassen für 200 Dollar und eine Waffe. Das ist schon nicht schlecht, ne? Heilige Scheiße. Da muss ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass das so viel ist. Sehr viel. Fast. Fast viel. Ja. Ja. Nicht ein schlechtes Tag, wenn man die Städte vom Künstler geben muss, nicht? Mr. Marston. Sehr noble, ich bin sicher. Aber ich muss wissen, wo Williamson und Escuela sind. Alles in gutem Zeit, amigo. Ich bin da, um die Waffen zu verdienen. Ich sehe dich wieder in der Rache. Oh. Meine Spie sagen, dass sie bald noch die Informationen brauchen. Ich will's hoffen. Ja, und da machen sich die Rebellen mit ihrer Beute auf zu ihrem Stützpunkt. Und wir schnippen die Flippe weg. Oh yeah. So, dann rufe ich mal meinen Gaul und würde einfach sagen, wir gehen jetzt wieder zu Reyes, weil das doch momentan der Einzige ist, wo wir überhaupt was machen können. Wobei, wir können zu dieser fremden Person. Ja, sehr gut. Dann mach ich das, dann mach ich das. Dann gehen wir jetzt zu der fremden Person und schauen mal, was da passiert. Das Problem ist, ah, hier komm ich rüber, okay. Ich folge mal jetzt auf dem Weg, weil, keine Ahnung. Achso, weil ich wäre hier gar nicht hochgekommen, glaube ich. Anders. Na, egal. Mal gucken, was da ist. Vielleicht ist das ja wieder hier, dieser Eva, Eva und dieser, wie heißt der andere Typ? Hans-Peter oder so. Keine Ahnung, wie der hieß, aber vielleicht sind das ja wieder die. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Vielleicht auch eine komplett andere Person, die irgendwo hier, irgendwo rumchillt. Ich hoffe, keine, die jetzt will, dass ich irgendwas für sie tue. Sag mal, kenn ich den nicht schon? Ach, guck mal, er will fliegen. Hallo, da, Freund. Haben Sie gekommen, um den scenen? Ich glaube, ich habe. Was machst du hier? Du kennst, ich versuche, zu kapitalisieren auf den starken fremden in dieser Region, um zuerst meinen ersten Flugzeug. Du versuchst, um diese verrückte Dinge zu fliegen? Ich werde soar wie ein Egel, oder mein Name ist nicht Charles Kinnear. Ich sollte den ersten Mann durch diese Valle. Ja, ich werde. Ich werde jetzt weggehen, aber es scheint, dass ich mehr Adhesef brauchen, um die Wände zusammenzubringen. Ich habe meine eigene Formulatur gegründet, weil diese Stor-Bot-Sache nicht genug ist. However, ich kann nicht abhängen meine Maschine, um mehr Materialien zu holen. Welchen Materialien Sie sprechen, Charles Kinnear? Ich brauche ein paar Pferden, es ist egal, welches Kind, mit einem Parcel Beaver-Hides, um ein paar rote Sage zu machen, um es alles pliabel zu machen. Okay, ich denke, dass ich all diese Dinge finden kann. Ich werde zurück, Charles, weil du auf dem Schliff leppst, ist etwas, das ich muss sehen. Oh, sie wütten, liebe Icarus, Sir. Ja, sie haben! Ja gut, wenn er belacht wurde, mein Gott, warum nicht, ne? Was muss ich jetzt... Ah, warte mal, habe ich viel? Ne, ich habe nicht alles, was er braucht, weil Biberfälle habe ich gar nicht, ne? Ja, aber Moment, was habe ich denn und was habe ich nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich brauche. Was ist das? Was bist du? Oh, ein Hund. Da war ein Vogel. Bleib doch mal geschmeidig, renne nicht weg, da war ein Vogel, meine Fresse. Oh, shit. Warum hin? Ist der doof? Ich denke, der braucht Vogel-Dinger. Ach, jetzt haut er mich. Ja, da kommt er eh bald wieder. Ja, da kommt er eh bald wieder. Ich denke, er ist ein Vogel-Dinger und Leitner. Ja, da kommt er, immer noch ein Vogel-Dinger und Beispiele. Und das ist auch ein Vogel-Dinger auch. Aber bei dem Vogel-Dinger habe ich vielleicht nicht sofort Luther, Vielen Dank.